so freunde wir starten part 4 und zwar müssten wir hier navigieren und das ist unser nächstes ziel wir waren jetzt auf der farm und hier sitzen wir unserem schlachtschiff oder unserem reiseschiff es geht los würde ich sagen funke starten spiel startet den let's go ich spiele denke ich singe solo besser gesagt aber wir gucken mal ob sich noch einer dazugesellt ich weiß es jetzt nicht ich glaube nicht solange ich keine freunde einlade oder warum der ort todeszone heißt uns bleibt keine wahl es ist ein zeichen ja ein zeichen das todeszone heißt todeszone zeichen ich bin karantänesektor der beheber einschränkungszonen versuche zum was stünde versuche zum verholt Versuche zum Bruchstück des Reisenden zu gelangen. Vertritt das Quarantänegebiet. Okay, haben wir hier irgendwas? Nein. Ich war schon an der ganzen ETZ unterwegs. Weißt du, hübsch ist es. Ich meine, nichts ist so einladend wie ein dunkler, gruseliger Wald. Aber Nichthüter sollen die Stadt doch nicht verlassen. Das Ding mit den Regeln der Stadt ist, dass sie nicht mehr gelten, wenn man die Stadt verlässt. Da ist ein kleiner Spalt in der Wand. Schwer zu sehen, aber da ist was. Niemand geht da näher ran. Zumindest niemand, der zurückkommen will. Da ist ein Spalt in der Wand. Okay. Okay. Wir wollen aber zurückkehren. Oh wei. Das ist natürlich ein Unterschied, ne? Zwischenheben. Kann ich irgendwie Kameraperspektive auch wechseln oder nur in diesem Modus? Ich weiß jetzt nicht. Oh, was ist da unten? Kann ich da runter? Scheint so, ne? Jetzt könnte ich es. Kann ich meinen Doppelsprung wieder? Nein, kann ich nicht. Das wäre ja klar. Schaffe ich doch rüber. Rüben und Sprung. Jawohl. Geht doch. Möchte ich hier wieder Hamster als Gegner oder? Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Lass uns mal überraschen. Ich finde es. Ich finde es dunkel wird. Hallo. Hallo. Ich finde es dunkel wird. Hallo. Wie ist es dunkel? Find ich scheiße. Nehmen wir mal die Schotie, oder? Wir probieren mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich treffen werde. Weil ich tippe mal, was eine Waffe zu wechseln. Ja, habe ich. Powerwaffe. Ich habe bestimmt irgendwas Viechermäßiges, was jetzt direkt auf mich zurengen wird. Da, hatte ich schon gesehen, oder? Da, die blauen Viecher. Da, die blauen Viecher. Oh, ich hasse denn, was hinter mir herläuft. Hast du das gesehen? Ja. Können sich die Viecher so gut tun, oder was ist das hier? Viecher. Da. Ich habe es gesehen. Wir werden angegriffen. Ja. Fick dich. Entschuldigung. Fick dich. Fick dich aus. Oh je. Ausdrucksweise wollte ich schon sagen. So, wie komme ich hier hoch? Kletterst du? Freund? Freund? Kletterst du? Jawohl, der klettert. Okay, ich habe keine Moon mehr für meine Powerknifte. Ah, schon wieder so ein Portal. Was ist denn das? Ich meine, ich weiß es nicht. Zack, 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 zack. Okay. Tschuuu. Ne, das ist ein Kabel. Ich dachte schon, was ist da oben? Was ist das? Was sind das für komische Wellen? What the fuck? Wo bin ich hier? Das sieht aber gar nicht mehr nach Erde aus. Ah, gibt es solche Viecher unter der Erde? Das ist aber auch nicht unter der Erde. Guck mal, ein Baum. Wie kommt ein Baum hierher? Oder die Lagerhalle. Wie kommt das? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man munkelt nur. Das Bruchstück des Reisenden. Das ist es. Genau wie in unserer Vision. Ich meine, der echt da runter? Da muss ich hin. Dann springen wir mal. Hoppala. Okay. Mal da hinten gucken, damit ich nichts vergesse. Okay. Mal da hinten gucken, damit ich nichts vergesse. Zack. Zack. Hier nochmal gucken. Aha, siehste. Ich kann hier irgendwas gucken, aber... wenn ich meine Trophäen sollen empfinde. Sieht ja nicht so aus. Und schon nebelisch. Nebel. Ich weiß nicht, geh ich richtig. Freund, sag mir den Weg. Nein, ich geh nicht richtig. Da muss ich aber keinen. Ich hab' sie nicht. Boah, wo kommt die denn so plötzlich? Boah, wo kommt die denn denn? So plötzlich? Ich treffe ihn nicht! Leute, ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Warte mal, ich habe glaube ich etwas gekriegt mit Waffen mäßiges. Was haben wir da? Was haben wir da? Zeig dich mal! Dann hatte ich etwas rüstungsmäßiges. Okay, 24. So, das war es. Okay, okay, okay. Okay. 14, schön. Oh, dann lief eine Waffe. Dann habe ich die andere auch noch. Okay. Gehen wir weiter. Schön. Ich muss schleuchten. Schön. Okay. Das war's die E-Motion für. Das war's. Der hat wohl gesessen, Freund. Schau mal, ich habe Stiefel gekriegt, schnell, schnell, wechsel mal die Stiefel, also mal ein 24 Verteidigung, die habe heilt. Geht doch, geht doch, Freunde, geht doch, wir werden besser, immer besser, immer schöner. Geht doch, Geht doch, Geht doch. Wow, ich habe einen Helm gekriegt. Ich habe einen neuen Helm gekriegt, von 22 auf 22. Ich weiß jetzt noch nicht, Ballastbarkeit, Mobilität. Okay, dann müssten wir wahrscheinlich auch nochmal drauf fahren. Ich kassiere ja ganz schön, merke ich hier. Ja, Moment. Was ist denn da für einer? Los, los. Boah, noch ein Bosshaus. Okay, ich dachte schon, ich muss von vorne. Warte schon, was ist denn jetzt los? Wieso habe ich keine Handgranate, Freunde? Wie kann ich meine Handgranate? Ah, Fokus, deine Kräfte sind verschwunden. Achso, okay, schade. Meine Kräfte sind verschwunden, also muss ich mal ein bisschen weiter dahinter bleiben. Okay, 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 immer ruhig, immer mit der Ruhe fallen. Aber treibt es nicht. Der kassiert, der kassiert. Der kassiert immer mehr. Die anderen kassieren da auch. Schön, schön. Ich darf mich nicht überlaufen lassen. Schieß! 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 Wo ist er hin? Hatte ich ab, Freund. Ich mag mich gar nicht. Wo bist du? Kassier! 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 Einfach nur Kassier! Jawohl, Ausrüstungsgegenstand. Wir haben sie wohl verschwunden. Schwarzweil. Ich hab drei Schuhe. Spring nicht zum Schluss. Ey, da war noch was. Und, was sagst du? Deshalb wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeit. Spürst du es? Halt einen hängen Boot fest. Oh ja, ich spüre die Kraft. Spürst du es? Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Sehr schön. Sehr schön, Freunde. Augen aufhüte! Kann es ja frisch und munder weitergehen, oder? Was sagt ihr dazu? Sentinel. Titan Focus. Fokus. Okay, okay, okay. Ich kann auch die Sachen einsaugen, wenn die da rumliegen. Okay, was habe ich hier noch? Es ist nochmal noch Klamottenmäßiges. Was ist jetzt mit dem Baum? Was ist das? Was ist das? Der, 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 ist nix mehr, ne? Okay. Okay, dann geben wir mal das Licht. Oh ja. Okay. Das war's. Oh ja. 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh ah tupe nein okay Mann, 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 ich laufe erstmal kurz hier weg es ist eindeutig jeder zu viel los hier ja malzatia, daufe Und du kommst. Kassier, Kassier, du bist doch gleich dauernd Kassier, Junge, jawohl, danke. Da ist ein anderer Boss, der will ab, der will ab, danke Freunde, danke, super bereit, wo ist der andere, der war doch eben noch so ein dicker, Levelaufstieg, ne Klamatte, hier, noch ne Klamatte, ne Waffe. Jo, und das war's, und wohin muss ich irgendwas machen, ne, ok. Alles klar, sind wir wieder da. Haben wir jetzt wieder Power oder was. Hüter, neues Co-Outplay und Schmelzziegel, BVP verfügbar. Alle Aktivitäten einschließlich Kampagne können nun kooperativ gespielt werden. Benutze die Übersicht, um andere Hüter einzuladen oder ihnen beizutreten. Sprich mit Lord Shucks, um gegen andere Hüter im Spiel gegen Spieler Wettkampf im Schmelztiegel anzutreten. Okay, Übersicht. Okay, Übersicht. So, da sind Spieler, die in der Nähe sind und da sind Spieler von einer Freundesliste. Alles klar. So, wo ist Han? Warte mal, Freunde, was habe ich denn da in Ausrüstung gesammelt? Sorry. 28. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Schuhe. Und Schuhe haben wir auch. 22. 24. Ja, dann behalten wir die doch, die wir jetzt haben, oder? Weit weg von der Stadtreise muss man. Ja, wir lassen ihn mal an. Mal hier, mal hier, mal hier. Zerlegen. Was ist jetzt besser? Zerlegen? Oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Zerlege ich es? Oder? Das ist ja kaputt. Keine Weg. Neue Waffen habe ich auch, glaube ich, gekriegt. Genau. 26. Schlagkraft 3. Die scheint hier ziemlich kräftig zu sein. Ich will mal hier weg. Ich weiß es noch nicht, was... Ah, hier ist ja mein Stammbaum. Ah, stimmt. Einen Punkt hätte ich zu vergeben. So. Eine Granate, die sich gegen haftet und verknüpfen. Okay. Was haben wir hier? Springe, während du in der Luft bist, um hier zu schweben. Sentinel-Schild. Okay. Was kannst du drücken? Eingreifen. Okay, muss ich das erstmal machen? Ich weiß nicht, das habe ich frei. Das habe ich auch frei wahrscheinlich dann. Das zeigt eine große Barriere. Mit einem. Mit einem. Mit einem. Mit einem. Das dauert zu lang. Achso, okay. Okay, haben wir das. Sonst noch irgendwas, Freunde? Nein. Inventar. Habe ich was im Inventar liegen? Nein. Okay. So, wo müssen wir mit dem Typen, mit dem wir reden müssen? So, hier für den Typen, Lord Sharks. Ah, genau. So. Hm, Freunde, ich wollte eigentlich die Geschichte weitermachen. Meinstein aktualisiert, der Schmetziger schließt zwei Mädchen in der Schmetziger-Playlist ab. So, Gruppenpremiere. Alles klar, alles klar, alles klar. Schließen. Na, schau mal einer an, du hast dein Licht wieder. Ja, ich weiß nicht, wie du es angestellt hast, aber ich freue mich. Wir werden es kommen. Was ist mit der Vogelkollegin? Hier draußen sind viel mehr Überlebende und sie brauchen deine Hilfe. Alle sollten wissen, dass die Farbe nicht hässst. Ich habe vor ein paar Stunden einen Freund in die ETZ geschickt, um ein COM-Netzwerk aufzubauen. Er heißt Devram K., cooler Typ, guter Schütze. Das habe ich niemals gesagt. Tu mir doch bitte einen Gefallen und geh ihm zur Hand. Tja, hört sich aber nicht so nett an, geh ihm zur Hand. Aber egal, dann geh ihm mal zur Hand, oder? Genau, die Klamotten kriege ich ja noch von dir, ne? Lady, Lady Bug. Achso, und wer würde es mir das verkaufen? Könnte ich das mit meinen Scheiß vergleichen, irgendwie? Könnte ich das mit meines Zeug vergleichen? Freunde, wie vergleiche ich das? Was sagen die denn hier? Hände. Stufe 28, jetzt ist er zu verkaufen. Okay. Verteidigung 26. Warte mal, warte mal. Schwächtigste, ich glaube, das nehmen wir mal mit, oder? Lass uns das mal kaufen hier. Erworben, alles klar. So, dann wollen wir das gleich mal anziehen. 26. Hat sich nicht viel verändert. Könnte ich das verkaufen, irgendwie? Nein. Aber dann zerlege ich es mal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon kriege. Okay, 25. Kohle. Achso, okay. Belastbarkeit 0. Okay, das ist nicht schön. Sego, Sego, was haben wir hier denn noch? Habe ich da nicht noch irgendwas gekriegt gehabt? Ne, ne? Rhabarber? Hat das was für mich? Nein. Bitte, Hüter, es ist viel zu tun. Deon, 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 deon. Die Träume sind anders. Und ich weiß nun warum. Der Reisende hat sich überhaupt glücklich, dass du dein Licht zurückgekehrt bist. Sie wünscht dir alles Gute für deine Einstimmenschlacht. Meine Stimme als Hüter war immer Historikerin zu sein. Nicht Kriegerin. Ich kann dir versichern, deine Taten werden nie vergessen. Ich bin... Okay. Was haben wir da hinten eigentlich? Was war das hier nochmal? Tresor öffnen. Ja, Gesten rauche ich nicht, also uninteressant. So. Sag mal hier. Irgendwie schießen oder was? Wo geht's da hin, Freunde? Ich weiß es nicht. Fußballer, jawohl. Ja. 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 aber wo geht es hier hin also gehöre zurück alles klar das ist der schmelzige ok freunde machen wir jetzt schluss danke dass ihr es angeschaut habt und macht es gut